Und würde, wie gesagt, im ersten Teil eingehen auf den institutionellen Kinderschutz. Ich habe ein bisschen grundlegend zu Rechte- und Schutzkonzepten mitgebracht und würde dann ein paar Bausteine vertiefen, wo ich denke, da lohnt es sich anzufangen. Da kann man die Rolle der Kita-Leitung auch schön konkret beschreiben. Und zwar sind das die Bausteine Haltungen, hoffsnelle Haltungen, Verhaltenskodex und Personalführung. Und dann später eben der familiäre Kinderschutz. Ja, beginnend mit dem institutionellen Kinderschutz. Sie sehen das hier in der Überschrift. Ich verwende den Begriff Rechte und Schutzkonzepte. Das ist ein Begriff, der sich auch immer mehr etabliert. Häufig spricht man auch noch von Schutzkonzepten, aber zunehmend auch von Rechte und Schutzkonzepten. Und ich würde gleich vorneweg sagen, auch wenn das natürlich ein sehr aktuelles Thema ist, ist es zugleich auch ein, ja, ich sage mal, in unserer Profession sehr inhärentes Thema, sehr grundlegendes Thema. Ja, denn im Prinzip aus professionsethischen Gründen sind wir schon immer alle, also alle Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe, natürlich der Rechtesicherung und dem Schutz von Kindern und Jugendlichen verpflichtet. Ja, denn Sie wissen das, im SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, ist ja ganz vorne beschrieben, das Persönlichkeitsrecht der Kinder und Jugendlichen und jungen Menschen. Ich spreche jetzt hier meistens von Kindern, einfach weil wir jetzt hier im Kontext Kita uns ja austauschen. Bezugspunkt Ihres fachlichen Handelns ist das Persönlichkeitsrecht von Kindern. Und insofern ist das natürlich das, worauf schon immer von Beginn an der Kinder- und Jugendhilfe das Augenmerk gerichtet werden soll und muss und eigentlich auch der Grund Ihres Tätigseins. Das heißt, diesen Auftrag, Rechte und Schutzkonzepte zu erarbeiten und im Alltag zu etablieren, das gilt für alle Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe, auch bei einem Gesetzestext, das vor allem jetzt für die betriebserlaubnispflichtigen Einrichtungen beschrieben ist. Ich habe das hier mal in den Worten einer Kollegin benannt, die kommt aus der Jugendhilfe Hochdorf. Die Kolleginnen und Kollegen dort haben einen sehr intensiven Schutzkonzeptprozess durchlaufen, nachdem sie selbst einen tragischen Fall aufgearbeitet und dann daraus eben gemeinsam gelernt haben, mitgebracht. Da heißt es, unserem Ziel und Auftrag, für die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen und ihre Familien einen sicheren und förderlichen Rahmen zu bieten, sind wir damit ein bedeutendes Stück näher gekommen. Also im Prinzip, der Auftrag ist grundlegend und jetzt durch das KJSG, jetzt ist ja auch ein paar Jahre, dann eben auch entsprechend im Gesetzestext mit aufgenommen worden. Und natürlich habe ich den Gesetzestext hier kurz erwähnt. Seit Juni 2021 haben wir das KJSG, oder ist es in Kraft getreten? Und seitdem ist es eben verpflichtend für Sie und für andere Kolleginnen und Kollegen aus betriebserlaubnispflichtigen Einrichtungen, Rechte und Schutzkonzepte zu erarbeiten. Und zwar nicht nur zu erarbeiten, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, da komme ich gleich noch drauf, sondern nach der gemeinsamen Entwicklung, diese auch anzuwenden und regelmäßig zu überprüfen. Keiner hat was davon, wenn es auf dem Papier steht. Es ist wichtig, dass es dann auch tatsächlich gelebt und umgesetzt und überprüft wird, damit es dann auch den Beitrag zum Schutz der Kinder leistet, den es leisten soll und muss. Über das KJSG, und das hängt ja eng mit den Rechte- und Schutzkonzepten zusammen, wurden auch die Persönlichkeitsrechte der Kinder weiter gestärkt. Sie kennen die Gesetzesgrundlagen, es sind geeignete Verfahren der Selbstvertretung und Beteiligung zu gewährleisten und interne und externe Beschwerdemöglichkeiten in persönlichen Angelegenheiten müssen bereitgestellt werden. Deswegen auch der Begriff des Rechte- und Schutzkonzeptes. Es geht nicht nur um Schutz, es geht viel weiter. Manche sagen auch kinderrechtsbasierte Schutzkonzepte. Also es geht um viel mehr als ausschließlich um den Schutz, aber um den natürlich auch. Und es ist ja der Begriff der Gewaltschutzkonzepte verwandt im Gesetzestext. Und Gewalt ist hier nicht eng geführt, sondern Gewalt meint eben alle Formen von Gewalt. Sexuelle Gewalt, körperliche Gewalt, psychische Gewalt und genauso auch die Vernachlässigung. Also alle Gewaltformen sind hiermit gemein. Zu beachten dabei ist, dass alle Kinder mit ihren Bedürfnissen und Schutzbedarfen in den Blick zu nehmen sind bei der Entwicklung solcher Rechte- und Schutzkonzepte, also Aspekte von Vielfalt, natürlich hier genauso mit zu berücksichtigen sind. Ja, das kann ein ganz unterschiedliches sein. Zwei Beispiele habe ich hier benannt. Kulturelle Vielfalt oder die Berücksichtigung spezifischer Aspekte mit Blick auf Kinder mit Behinderung. Denn das Thema inklusive Jugendhilfe ist ja nun auch mit dem KJSG entsprechend in drei Stufen geregelt worden. Und so sind sie als Kitas entsprechend ja auch dazu aufgefordert, Kinder mit Behinderung unterschiedlichster Art eben auch gemeinsam mit zu fördern in den Regeleinrichtungen. Und auch die insoweit erfahrenen Fachkräfte im Kinderschutz, die sie ja beratend hinzuziehen, nicht nur dürfen, sondern müssen, wenn sie gewichtige Anhaltspunkte im Kinderschutz sehen, die sind eben jetzt auch verpflichtet, sich mit Blick auf Schutzbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung entsprechend vorzubilden. Also das Thema Inklusion ist ein großes, deswegen habe ich diesen Aspekt auch hier nochmal gesondert mit aufgenommen. Was sind die Ziele bei der Entwicklung von Rechte- und Schutzkonzepten? Es geht natürlich darum, ich denke, das ist eben schon deutlich geworden, dass die Persönlichkeitsrechte der Kinder gewahrt werden und häufig wird in diesem Zusammenhang ja auch gesprochen von einer Kultur der Achtsamkeit. Also es soll ein förderlicher und sicherer Rahmen für die ihnen anvertrauten Kinder geschaffen werden. Ja, das beinhaltet eben auch, dass die Orte, an denen sich die Kinder aufhalten, sichere Orte sind und dass die Kinder dort geschützt sind vor jeglicher Art von Gewalt. Es geht aber weit darüber hinaus, die ganzen präventiven Aspekte. Es geht auch darum, Kinder in ihrer Lebenskompetenz zu stärken. Also zum Beispiel Psychoedukation mit den Kindern auch zu leisten. Dass, wenn sie zum Beispiel einen Verhaltenskodex erarbeiten, entwickeln, diesen dann auch zum Gegenstand des Ausbruchs mit den Kindern machen, auch mit den Kindern darüber sprechen, was sind Grenzen, wie geht man miteinander Grenzwahren um, natürlich alters- und entwicklungsgerecht, klar, und damit die Kinder auch für ihr Leben außerhalb der Kita und nach der Kita zu stärken. Also es geht weit über den Schutz in der Einrichtung hinaus. Es geht in dem Zusammenhang auch darum, Kinder sprechfähig zu machen, sie zu befähigen, sich Hilfe zu holen, und vor allem sie auch zu ermutigen, sich Hilfe zu holen. Auch mit Blick auf die Eltern sind solche Rechte- und Schutzkonzepte von großer Bedeutung. Ja, auch zu Beginn zum Beispiel mit den Eltern oder den Eltern gegenüber transparent zu machen, wie sie mit den Kindern im Alltag umgehen in bestimmten Situationen. Wie gestalten sie das mit Körperlichkeit zum Beispiel, wenn sie Kinder trösten? Worauf achten sie, wenn sie Kinder trösten, in den Arm nehmen, wie auch immer? Also wenn sie dann eben einen entsprechenden Verhaltenskodex entwickelt haben, dann ist wichtig, genau wie bei anderen Teilen der Konzepte auch, sexualpädagogisches Konzept, Konzept mit Blick auf Schutz im digitalen Raum, dann ist wichtig, dass den Eltern auch von Anfang an transparent zu machen, und damit auch die Eltern nachvollziehen können, wie sie zu ausgewählten Aspekten stehen und wie sie das in ihrem Kita-Alltag gestalten. Natürlich geht es bei Rechte- und Schutzkonzepten auch um die Abschreckung von Tätern und Täterinnen und die Vermeidung von Übergriffen. Wir haben auch in den Reihen der Fachkräfte Täter und Täterinnen und durch solche Rechte- und Schutzkonzepte hat man die Gelegenheit auch gleich schon, oder das Personalmanagement ist ja auch Teil dieser Rechte- und Schutzkonzepte, da ist es wichtig, gleich von Beginn an im Vorstellungsgespräch auch schon in der Ausschreibung, in der Stellenausschreibung deutlich zu machen, hier haben wir unseren Fokus drauf, im Vorstellungsgespräch dann den Verhaltenskodex zu thematisieren, ein paar Situationen im Alltag, im Kita-Alltag durchzuspielen und die Bewerbenden zu fragen, wie sie damit umgehen würden, was sie reflektieren würden. Also von Anfang an bis hin zu einer kontinuierlichen Thematisierung und Bearbeitung der verschiedenen Teile des Konzepts in der eigenen Teamsitzung, an Klausurtagen. Das muss ja zum Leben erweckt und am Leben gehalten werden. Also zum Beispiel regelmäßig, ich sage jetzt mal in einem Zeitraum, einmal im Monat auch gemeinsam in der Teamsitzung, sich den Verhaltenskodex zu nehmen und zu schauen, wie war das in der Umsetzung für Einzelne, wo waren vielleicht Herausforderungen für einzelne Kolleginnen und Kollegen. Natürlich auch den Verhaltenskodex und andere Konzepte immer wieder weiterzuentwickeln, das gehört ja auch dazu. Also es muss verankert werden, natürlich auch in der Institution, und das alles dient dann auch, ein guter, wichtiger Effekt, der Abschreckung von Täter und Täterinnen. Weil Täter und Täterinnen suchen sich natürlich Handlungsfelder, wo die Chance der Ausdeckung gering ist. Eine Ausdeckung bedeutet ja immer die Vernichtung der eigenen Existenz. Und da bieten sich natürlich intransparente Institutionen an, mit Blindenflecken und Tabuthemen. Und genau dem wird damit ja auch entgegengewirkt. Genau, Blindenflecken hatte ich eben schon erwähnt. Ein Ziel solcher Rechte- und Schutzkonzepte ist auch, als Team, als Kolleginnen in der Einrichtung gemeinsam, das fachliche grenzwahrende Handeln, Verhalten zu reflektieren, auch zu schauen, wo haben wir vielleicht Blindenflecken, sich gemeinsam was zu erarbeiten. Und ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle ist meines Erachtens auch, dass diese Konzepte den Kollegen und Kolleginnen Orientierung, Sicherheit und Rückendeckung bieten. Also von Anfang an, wenn jemand neu in die Kita kommt und es ist zum Beispiel ein Verhaltenskodex erarbeitet, der dann gemeinsam durchgesprochen wird und auch im Zuge der Einarbeitung immer wieder thematisiert wird, als Reflexionsgrundlage herangezogen wird. Das schafft natürlich ein Höchstmaß an Orientierung. Was ist okay vom Verhalten her, von meinem Verhalten her, was nicht, worauf ist zu achten? Von daher für die Fachkräfte auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und natürlich auch, wenn es darum geht, wenn man etwas bei der Kollegin oder beim Kollegen beobachtet. Das ist im Alltag ja, sie arbeiten nicht zusammen. Und dann kann es ja vorkommen, dass man was wahrnimmt, wo man denkt, oh, ist das jetzt so in Ordnung, was mache ich damit? Und dann, wenn in so einem Kodex oder in einem Konzept beschrieben ist, was damit zu tun ist, nämlich, dass man solche Dinge nicht für sich behält, dass man es im Team dann auch anspricht und es sich gemeinsam anschaut, setzt natürlich eine gewisse Kultur auch voraus, da komme ich noch dazu. Dann ist der Boden dafür natürlich bestmöglich bereitet. Ja, von daher, manchmal gibt es ja auch so die Idee, ja, ist es eine Art von Misstrauen auf Seiten von Fachkräften? Ist es eine Art von Misstrauen, die mir entgegengebracht wird, weil ja von auch der Fokus auf Grenzwarenden Umgang gerichtet ist? Und da ist es in ihrer Rolle als Kita-Leitung eben auch wichtig, immer wieder auch in Erinnerung zu rufen oder darauf aufmerksam zu machen, dass es hier um eine professionelle Grundhaltung geht, wenn man gemeinsam an die Rechte- und Schutzkonzeptentwicklung und Gestaltung geht. Ja, also dieser Prozess dient dazu, einem fachlichen Anspruch gerecht zu werden, ja, also eigentlich dem grundlegendsten Auftrag, nämlich der Sicherung von Rechten und Schutz der Kinder. und diesem soll bestmöglich gerecht werden. Und es geht nicht um Misstrauen und es geht auch nicht um etwas on top. Also natürlich braucht es Zeit, also bis das erstmal dann entsprechend gestaltet ist. Aber von den Inhalten her ist es etwas, was ja eigentlich nicht wegzudenken ist von einem professionellen Handeln in der Kita oder eben auch in anderen Einrichtungen. Man könnte auch sagen, das Schutzkonzept ist ein Gütesiegel in der Kita. Weil es genau das leistet, was ja die Professionalität im Kita-Alltag auch ausmacht. Sie kennen bestimmt dieses Bild von der Ursula Enders. Das Ziel ist, sichere Orte für Mädchen und Jungen zu etablieren. Sie finden im Dach die verschiedenen Bestandteile von Rechte- und Schutzkonzepten und unten im Haus sehen Sie quasi, auf wen bezieht es sich und wer es einzubeziehen. Die Kinder, die Elternteile, die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich auch ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, genauso wie Ansprechpartnerinnen von, also intern und von außen. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe die Woche gerade mit Kolleginnen von der Lebenshilfe zu dem Thema gearbeitet, zum Thema Grundhaltung und Verhaltenskodex, und zwar von Kolleginnen aus dem mobilen Dienst, die regelmäßig für einzelne Kinder in der Kita mit dabei sind. Und das fand ich ganz spannend, auch mitzukriegen, dass die Kolleginnen ziemlich außen vor waren bei der Entwicklung von Grundhaltungen und Verhaltenskodex in den Kitas. Und ja, selbst zum Teil andere Perspektiven noch hatten, die wichtig wären, zusammenzubringen mit den Fachkräften aus den Kitas. Also hier, das ist so gemeint mit Ansprechpartnerinnen, intern und von außen. Also es gibt auch andere Fachkräfte, die regelmäßig in den Kitas sind. Und da ist natürlich auch gut zu gucken, wie binden wir die ein in die Entwicklung unseres Rechte- und Schutzkonzeptes. Weil die Kinder machen ja keinen Unterschied. Wenn sie mit Fachkräften zusammenarbeiten, ist es jemand von intern oder extern. Und das sollte ja gut zusammengehen. Vielleicht noch ein Hinweis. Beteiligung ist ja ganz wichtig bei Recht- und Schutzkonzepten. Sie kennen dann ja auch so verschiedene Beteiligungsprojekte. Und da gibt es so unterschiedliche Titel. Deswegen habe ich das hier nochmal mit aufgenommen. Klar sein muss, bei aller Beteiligung, die Verantwortung für die Wahrung von Rechten und den Schutz von Kindern liegt auf Seiten der Erwachsenen. Es gibt manchmal so Titel wie starke Kinder sagen Nein. Da sehr sorgsam zu schauen, wie benennen wir was. Weil zum einen müssen sie immer davon ausgehen, dass sie betroffene Kinder, auch von Missbrauch betroffene Kinder in der Kita haben. Und was ist dann die Botschaft? Du hast nicht gut Nein gesagt. Und vor allem ist auch eine wichtige Botschaft, Kinder müssen nicht Nein sagen können, damit ihre Rechte und ihr Schutz gewahrt werden. Also bei solchen Projekten auch immer gut gucken, was ist der Titel? Wie kommunizieren wir das gegenüber den Kindern? Also die sprachliche Sensibilität, die sie ja aus ihrem Alter auch kennen und auch wichtiger Bestandteil von solchen Verhaltenskodice zum Beispiel sind. Einen Aspekt möchte ich an der Stelle auch noch hervorheben. Sichere Orte für Kinder erfordern sichere Orte für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das Handeln im Kinderschutz ist hoch anspruchsvoll. Und nur wenn sich Kollegen und Kolleginnen hinreichend sicher fühlen, können sie auch für den Schutz von Kindern eintreten. Wenn selbst so viele Fragen im Kopf sind, selbst vieles unsicher ist, dann wird es ungleich schwerer, wenn sich ein Kind anvertraut oder was Bestimmtes sagt, damit adäquat umzugehen. Und von daher ist das natürlich eine wichtige Aufgabe von Ihnen in der Rolle als Kita-Leitung, immer auch mitzuthematisieren im Zuge der Entwicklung unterschiedlicher Konzeptbausteine. Wie ist die Gesamtarbeitssituation? Wie sind die Rahmenbedingungen? Wie ist die Kultur im Umgang miteinander? Wie wird wertschätzend miteinander umgegangen? Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beteiligt? Wie sieht es mit Fürsorge und Schutz mit Blick auf die Kollegen und Kolleginnen aus? Dazu kommt, dass auch in den Kitas und gerade vielleicht auch in den Kitas, sie es auch mit Kindern zu tun oder auch für Kinder verantwortlich sind, die Verhaltensweisen zeigen, die Kollegen und Kolleginnen an ihre emotionalen Grenzen bringen können. Und von daher auch eine wichtige Fragestellung, was benötigen denn die Kollegen und Kolleginnen, zum einen, um ihre Stärken mit einzubringen und ihre pädagogischen Fähigkeiten optimal abrufen zu können? Aber was brauchen sie auch im Umgang mit solchen herausfordernden oder für sie, ist ja für jeden individuell unterschiedlich, für sie herausfordernden Verhaltensweisen, um sich sicher zu fühlen in solchen Situationen und diese Sicherheit dann auch an die Kinder weitergeben zu können. Das heißt, bei solchen Rechte- und Schutzkonzepten geht es immer auch um Leitungshandeln und Leitungsverständnis. Leitung muss Sicherheiten geben. Wichtig ist natürlich beides, fördern und fordern. Sie müssen Rückendeckung geben, auch gucken, wo kann man Fortbildungen unterstützen, mit hinzuholen, Supervision, Teambegleitung, wie auch immer. Und gleichzeitig ist es ihre Aufgabe natürlich als Leitung den Blick auf die fachlichen Aufträge und vor allem auf die Kinder immer wieder zu richten. Es darf ja nicht in die eine oder andere Seite kippen, sondern letztendlich ist ja der Bezugspunkt der Schutz und die Rechte der Kinder. Das ist natürlich keine Aufgabe, keine einfache Aufgabe für Sie, das auch immer entsprechend auszutarieren. Das meine ich mit dem Fördern und Fordern. Genau, ich habe hier aus der Jugendhilfe Hochdorf oder angelehnt daran, wie ich ja vorhin schon mal erwähnt hatte, das Haus, das wir eben schon mal gesehen hatten für die sicheren Orte, übernommen jetzt als Haus im Sinne von ein sicherer Ort für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also was braucht es, damit die Kollegen und Kolleginnen entsprechend Sicherheit entwickeln und pflegen können. Und Sie sehen unten im Fundament der wertschätzende und offene Umgang miteinander im Team und zwischen Leitung und Kollegen und Kolleginnen, Anerkennung der täglichen Leistung, zur Seite stehen bei herausfordernden Situationen, auch wahrzunehmen oder auch aufzugreifen, was bringen die Kolleginnen mit an Ideen, an Talenten und so weiter. Und hier im Gerüst sehen Sie dann klare und transparente Strukturen, die gemeinsam entwickelt werden, vielleicht auch in einem Qualitätshandbuch abgebildet werden, ja, also so Interventionsleitfäden, aber auch so Alltagssituationen, was ist zu tun, wenn der alkoholisierte Papa vor der Tür steht und sein Kind abholen möchte und, und, und. Teamfortbildungen sind wichtiger Teil eines Gerüsts, ja, zur Erhöhung der Handlungssicherheit und natürlich auch als Grundlage, um eigene fachliche Standards zu entwickeln und alles, was natürlich auch der Pflege der Teamkultur dient. Also, es gilt gemeinsame Qualitätsentwicklung zu gestalten, im Fachaustausch zu sein, bei allem, was im Alltag ja immer auch zu regeln ist, fällt es ja ganz schnell hinten runter und da sind Sie als Leitung natürlich auch gefragt, sicherzustellen, dass es nicht hinten runterfällt, dass es einen Raum dafür gibt und in der Gestaltung dieses Raums sind Sie natürlich auch federführend in der Verantwortung. Konstruktive Feedbackkultur, regelmäßige Teamsitzungen und so weiter und als Dachjahr aufgezählt, der Schutz, der Rückhalt für die Mitarbeitenden durch Leitung, bei Bedarf dann auch externe Supervision zum Beispiel anzubieten. Ja, das vielleicht so mit Blick auf Ihre Rolle als Kita-Leitung, worauf lohnt es sich, ein Augenmerk zu richten, damit auch die Kollegen und Kolleginnen gut gerüstet sind, um Ihre professionellen Aufträge mit Blick auf die Kinder gut umsetzen zu können. Ja, ich habe es ja schon erwähnt, die Erarbeitung eines Rechte- und Schutzkonzepts ist ein umfassender gemeinsamer Prozess und dieser Prozess ist aufwendig. Er lohnt sich aber in der Regel für alle Beteiligten und er endet niemals, es ist eine Daueraufgabe. Das ist nicht was, was man dann mal hat und dann hat man Papier und das liegt dann irgendwo, sondern es muss natürlich lebendig gestaltet werden. Dazu habe ich hier zwei Zitate mitgebracht, die mir ganz gut gefallen, auch mit entsprechenden Quellen dabei, zum einen hier vom Institut für angewandte Sexualwissenschaft, zur Etablierung eines Schutzkonzeptes bedarf es einer kontinuierlichen und intensiven Beschäftigung, die meist, gerade zu Beginn, zeitaufwendig und kleinschrittig ist, routinierte Verhaltensmuster hinterfragt und somit zum Teil Konfliktpotenzial mit sich bringt. Der sich bildende Konsens führt aber zu einer Entlastung und Professionalisierung auf mehreren Ebenen. Ich finde, das beschreibt es wunderbar. Am Anfang und auch eine lange Zeit muss man ja erst mal gucken, dass man da ins gemeinsame Arbeiten kommt und es werden Dinge hinterfragt, die bisher ja einfach so gemacht wurden. Man muss sich plötzlich über Dinge mit Kolleginnen austauschen, die bisher jeder nach Gutdünken gemacht haben hat und die Herausforderung ist dann einen Konsens zu finden, aber wenn man ihn hat, dann ist das entlastend. Und das zweite Zitat lese ich nicht vor, aber da sehen Sie nochmal so zur Grundsätzlichkeit. Das Thema rührt an den Grundfesten der Einrichtung. Also ich will damit einfach deutlich machen, wie tiefgehend auch ein solcher Prozess ist und wenn man den einmal angefangen hat, kann man auch nicht mehr dahinter zurück. Der Prozess, die Prozessgestaltung liegt natürlich in der Verantwortung des Trägers, in der Regel übertragen an die Kita-Leitung, an Sie. Das heißt, der Träger muss natürlich Mitsorge dafür tragen, dass die notwendigen Rahmenbedingungen wie finanzielle Mittel für Fortbildung, Supervision, Moderation, personelle Ressourcen und so weiter vorhanden sind und gut ist natürlich auch, wenn der Träger sich aktiv verantwortlich zeigt und sich punktuell auch einbringt und mindestens auch informiert ist und die treibende Kraft in der Prozessgestaltung ist dann natürlich die Kita-Leitung und vieles gilt es gemeinsam zu erarbeiten im Team, also der Prozess ist das Bedeutsame, unter Beteiligung von Kindern, Sie kennen wahrscheinlich die Ampelplakate, die dann gemeinsam mit Kindern entwickelt wurden, unter Beteiligung von Eltern, unter Beteiligung auch nichtpädagogischer Fachkräfte, ja, ich habe hier nochmal die Fachkräfte des mobilen Dienstes, also das sind ja, das sind Fachkräfte, plus die nichtpädagogischen Fachkräfte, ja, der Hausmeister oder die Gemeindearbeiter, die aufs Gelände kommen und sich ums Freigelände kümmern, also auch da gucken, was ist wichtig, dorthin zu kommunizieren und auch im Blick zu behalten und zentral auch, dass sie natürlich nicht ohne was in diesen gemeinsamen Prozess reingehen, sondern unter Verwendung gut ausgearbeiteter Grundlagen und gesteuert durch die Kita-Leitung, also Steuerung meint dann eben, was ist der erste Schritt, was ist der nächste Schritt, worauf beziehen wir uns, es gibt viele gute Grundlagen und manches ist ja auch gesetzt von Ihnen, ja, es gibt auch No-Gos, die, da macht es viel Sinn, wenn Sie als Kita-Leitung diese auch schon klar benennen und mit einbringen in den Austausch. Es wird gleich noch ein bisschen konkreter und das Konzept gilt es kontinuierlich zu prüfen und weiterzuentwickeln und auch hier braucht es die Orte, die ich vorhin schon erwähnt habe, Teamklausuren und so weiter. Zusammengefasst, was den Prozess angeht, kann man sagen, gute Ideen anderer kopieren, alleine nutzt also nichts, es ist schon gut zu gucken, was gibt es da Gutes und da habe ich auch gleich noch ein bisschen was mitgebracht. Es braucht dennoch gleichzeitig den gemeinsamen Prozess im Team unter Federführung der Leitung, die eben gute Beispiele aus anderen Einrichtungen oder Handlungsfeldern mit einbringen kann. Ja und dann ist ja die Frage, wie geht man diesen komplexen Prozess an, da kann man sich ja schnell drin verlieren und da habe ich hier so ein Modell mitgebracht, das Leading Change Modell von Cotta, gibt viele andere Modelle. Ich will das jetzt auch nicht so en detail ausführen, nur um so einen roten Faden mitzugeben, also links sehen Sie quasi wie es in dem Modell genannt ist und rechts so ein paar Stichworte, was heißt das oder was könnte das heißen für Rechte- und Schutzkonzerte. Ja, ein Gefühl für Dringlichkeit erzeugen, also die Kollegen und Kolleginnen zu motivieren, wer hat was davon, wie profitieren wir als Team und jeder Einzelne davon, wie kann ein förderlicher Rahmen aussehen, dass es auch gut leistbar ist, eine Führungskoalition aufbauen, ja das hängt natürlich jetzt davon ab, wie groß sie sind, eine Steuerungstruppe bilden, etablieren, also Kolleginnen aus den Teams mit in die Verantwortung und die Prozessgestaltung mit reinnehmen, mehrere Perspektiven und so weiter. Eine Vision und Strategie entwickeln und die dann auch kommunizieren, also zunächst in der Steuerungsgruppe entwickeln, was soll rein in unser Schutzkonzept oder womit fangen wir an und dann auch so was, ja, wie eine Veränderungsarchitektur zu erarbeiten, so ein klassischer Projektplan mit Meilensteinen und das dann eben auch im Team zu kommunizieren, ja, gemeinsame Fortbildungen, also die Kollegen und Kolleginnen auch qualifizieren für diesen Prozess, auch Arbeitsgruppen, das hängt jetzt sehr von ihrer Größe ab, wenn sie groß sind, dann Steuerungsgruppen und dann Arbeitsgruppen, die vielleicht einzelne Themen auch nochmal vertiefend bearbeiten, die dann wieder zusammengebracht werden. Wichtig ist auch der Punkt, schnelle Erfolge erzielen, ja, also dass auch was da ist, was dann greifbar ist und diese Ergebnisse dann auch wahrnehmen und würdigen und von daher lohnt es sich auch mit was anzufangen, was Handlungssicherheit gibt und wahrnehmbar ist und da finde ich den Verhaltenskodex auf Grundlage von gemeinsamer Arbeit und Handlungen einfach prädestiniert, deswegen habe ich da gleich den Fokus drauf gesetzt, jetzt im Folgenden. Ergebnisse festigen und dann immer wieder gucken, wo stehen wir jetzt, was wäre ein nächster wichtiger Schritt und genau, neue Ansätze in der Kultur verankern, also das, was dann vereinbart wurde, zu gucken, also Stichwort Verhaltenskodex oder Verhaltensampel, ja, als regelmäßiger Tagesordnungspunkt zum Beispiel in der Teamsitzung einmal pro Monat beispielsweise, nicht in jeder Teamsitzung, aber in regelmäßigen Abständen, das wäre dieses Verankern. Ja, und jetzt würde ich gerne die Bereiche, die sich meines Erachtens besonders gut eignen, schnell auch sehr konkret, sehr fachlich miteinander in Austausch zu kommen und darüber auch viel Handlungssicherheit zu geben, die habe ich jetzt hier noch ein bisschen vertieft und auch ein paar Beispiele dabei, weil ich ja eben auch schon gesagt habe, als Kita-Leitung ist es eben auch wichtig, da viel an Grundlage mit reinzugeben. Das schließt ja die Beteiligung überhaupt gar nicht aus, aber viel Orientierung mit reinzugeben, um da auch nicht zu überfordern. Das sind erst mal so die ganzen Bausteine von Recht- und Schutzkonzepten, die wir jetzt nicht alle anschauen, aber da haben Sie ja auch schon viel zu gearbeitet, wenn ich das recht verstanden habe. Ja, also was braucht es für eine achtsame Einrichtung, angefangen bei der Haltung, über die Risiko- und Potenzialanalyse, dann den Verhaltenskodex, das Thema Personalführung mit Blick auf Kinder und Jugendliche, Prävention und Beteiligung, sexualpädagogisches Konzept als wichtiger Bestandteil, natürlich Interventionsplanung, ja, was sind Abläufe, wenn es zu einem Vorfall kommt und oben links sehen Sie noch zwei Aspekte, es ist wichtig, auf den digitalen Raum mitzudenken, ja, also medienpädagogisches Konzept und falls es Fälle aus der Vergangenheit gibt, bietet es sich an oder es lohnt sich in der Regel auch solche Fälle dann erstmal gemeinsam aufzuarbeiten und daraus zu lernen, bevor man dann oder das kann man dann ja schon unmittelbar auch nutzen für den sich anschließenden Prozess der Gestaltung oder Entwicklung eines Recht- und Schutzkonzepts. Und ich fokussiere jetzt auf die Haltungen und den Verhaltenskodex, Haltungen werden beschrieben gemeinsam, also er arbeitet und beschrieben, Haltungen ist das Verbindende der Kollegen und Kolleginnen, ja, und ich finde den Begriff wirklich gut, Haltungen, denn sie geben den Fachkräften Halt und aus Haltungen entstehen auch Handlungen, ja, also Haltungen sind Werte oder Einstellungen, die unser subjektives Denken und Handeln bestimmen, ja, und wie wir den Kindern begegnen, hängt natürlich davon ab, welche Haltungen wir erarbeitet haben. Solche Haltungen schaffen Orientierung nach innen im Sinne einer Vision und diese Vision kann dann auch sehr motivierend sein für die Kollegen und Kolleginnen, an dieser Realisierung mitzuwirken, mitzuarbeiten, ein Teil dessen zu sein und nach außen wird hierüber natürlich kommuniziert, wofür die Einrichtung und die Kolleginnen und Kollegen stehen. Solche Haltungen sind erst einmal allgemein gehalten. Ich habe hier eine ganz allgemeine Formulierung, mit unserer Begleitung schaffen wir Teilhabe und Entwicklungsmöglichkeiten auf Seiten der uns anvertrauten Kinder und das ist dann natürlich weiter zu konkretisieren in einem Verhaltenskodex. Trotzdem finde ich diesen Zweischritt ganz gut, denn die Haltungen rekrutieren auf die fachlichen und rechtlichen Grundlagen, das ist der Bezugspunkt, von daher finde ich diesen Zwischenschritt ganz wichtig und das habe ich hier auch nochmal mit aufgenommen. Jede Fachkraft bringt ja eigene Haltungen mit in die Arbeit, vor dem Hintergrund der eigenen Sozialisation, vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen und deren reflexiven Verarbeitung. Die professionellen Haltungen, die Sie jetzt gemeinsam in der Kita erarbeiten, beziehen sich auf die rechtlichen und fachlichen Grundlagen Ihrer Tätigkeit und da sind Sie natürlich als Kita-Leitung in der Rolle, diese rechtlichen und fachlichen Aufträge einzubringen und auch immer wieder in Erinnerung zu rufen, sich darauf zu beziehen. Das heißt, Sie stecken darüber den Rahmen ab und bringen den auch immer wieder in Erinnerung. Und Sie formulieren, das hatte ich vorhin erwähnt, auch No-Gos, ganz unabhängig unterschiedlicher individueller Vorstellungen. Wir hatten das gerade die Woche in der Diskussion, jeder hat unterschiedliche individuelle Grenzen. Dann sagte eine Kollegin, naja, die eine hat was dagegen, wenn mich ein Kind auf den Mund küsst und die andere nicht. Und da muss klar sein, als Leitung auch zu sagen, also bei allen persönlichen Grenzen gibt es einen Rahmen und den stecken Sie ab. Das ist ein generelles No-Go zum Beispiel. Und ja, den Punkt hatte ich ja schon auch mit den Teams dann gemeinsam, Fortbildungen, Klausuren und so weiter zu machen, weil das lässt sich ja nicht alles mal eben nebenbei im Alltag machen. Das sind ja ganz grundsätzliche Fragen. Was sind solche Bezugspunkte, die Sie als Leitung einbringen und hochhalten? Natürlich die rechtlichen Grundlagen. Ich habe vorhin schon gesagt, die Persönlichkeitsrechte der Kinder stehen an allererster Stelle. Und dann heißt es ja auch im Gesetzestext, dass Kinder ein Recht auf Förderung ihrer Entwicklung sowie hin zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit haben. Das ist ein erster Bezugspunkt. Wie tun wir das? Wie tragen wir dazu bei? Es ist geregelt im Gesetzestext, dass Eltern wichtige Bezugspersonen von Kindern sind. Und in der Kita soll die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützt und ergänzt werden. Also es geht um die Unterstützung dessen, was in den Familien wichtig ist. Es heißt im SGB VIII, Familien sind in ihren kulturellen und sozialen Eigenarten zu berücksichtigen und Kinder sind angemessen zu beteiligen. Das sind jetzt nur so ein paar Ausschnitte, worauf es wichtig ist, sich bei der Entwicklung von Reitungen zu beziehen. Natürlich sind die Kinderrechte ein weiterer wichtiger Bezugspunkt. Kinder haben zum Beispiel das Recht auf ihr So-Sein und den heutigen Tag oder ihre Subjektstellung. Es wird nicht über sie verhandelt und für sie bestimmt, sondern mit ihnen gemeinsam. Was heißt es im konkreten Kita-Alltag? Auf Teilhabe, auf Bildung, auf Zugehörigkeit, Schutz vor Diskriminierung, Fürsorge und Versorgung und wahrgenommen zu werden in ihrer Einzigartigkeit. Das finde ich auch einen ganz zentralen Aspekt. Wie gelingt es uns in der Einrichtung, auf diese Einzigartigkeit auch einzugehen? Was heißt es konkret? Wie verhelfen wir den Kindern auch zu diesem Recht? Ich habe hier mit Blick auf dieses Beispiel wahrgenommen werden in der Einzigartigkeit einmal von der Homepage des Nifpe ein Zitat. Dies beinhaltet zum Beispiel Orientiertheit am Kind, an seinen Ressourcen und seinem individuellen Tempo. Manche benötigen viel Zuspruch und eine intensive Begleitung, andere probieren gern Neues aus und brauchen viele Wiederholungen. Oder ein anderes Beispiel von der Lebenshilfe Trier. Der Mitarbeiter antizipiert Situationen und kennt die Kinder in ihrer Besonderheit. Er weiß um ihre Grenzen, weiß wie sie ticken, was sie triggert und kann so Eskalationen von vornherein vermeiden. Das wären so Beispiele, wie aus den Kinderrechten dann Haltungen formuliert werden. Ein anderer Bezugspunkt sind die Grundbedürfnisse von Kindern. Da gibt es ja verschiedenste Modelle. Ich habe jetzt hier nach Greenspan und Brazelton die Bedürfnisse aufgelistet. Ich lese die jetzt nicht alle vor. Manches finden sie wieder, was natürlich auch bei den Kinderrechten schon aufgetaucht ist. Bedürfnis nach Erfahrungen, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Bedürfnis nach entwicklungsgerechten Erfahrungen. Auch ganz wichtig, Bedürfnis nach Grenzen und Strukturen. Wie tun wir das in der Kita, dieses Bedürfnis ausgreifen? Wie werden wir dem gerecht? Also auch das ist ein wichtiger Bezugspunkt. Sie sehen hier oben in dem, in dieser Sprechblase, ja, die zu bearbeitenden Fragen. Also wodurch gewährleisten wir bei uns in der Einrichtung eine Orientierung an den Grundrechten und Grundbedürfnissen von Kindern? Wie tun wir das konkret? Ein weiterer Bezugspunkt ist natürlich, auf Kinderrechte oder in Kinderrechtskonvention, die dort benannten drei P's als Prinzipien der Organisation oder als Prinzipien des Handelns. Ja, die englischen Begriffe, deswegen drei P's, Provision, Befähigung, Participation, Beteiligung und Protection, Schutz. Ja, also auch da eine wichtige Frage. Wozu befähigen wir die Kinder in der Kita? Wie tun wir das konkret? Ja, der erste Punkt Befähigung. Das zweite P, wie beteiligen wir die Kinder in der alltäglichen Interaktion? Damit sind nicht Projekte der Beteiligung, Beschwerdebriefkästen und sowas gemeint, sondern in der alltäglichen Interaktion mit Blick auf Schutz. Wovor schützen wir die Kinder und wie tun wir das konkret? Und das geht ja weit über das Thema Übergriffe durch Täter oder Täterinnen hinaus. Also auch das kann ein Zugang sein, den Sie reinbringen können bei der Erarbeitung von Haltungen. Genau, ein anderer Zugang, da gehe ich jetzt ein bisschen schneller drüber hinweg, sind die Rekaner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen. Da können Sie ein bisschen was dazu lesen, woher der Begriff kommt und so weiter. Und dann sind eben sechs Leitlinien entwickelt worden, was ist ethisch begründet und dann eben noch das Gegenteil, was nicht. Ja, also Kinder werden wertschätzend angesprochen und behandelt. Das ist ja schon mal ein Riesenthema. Wie tun wir das? Was heißt das? Was heißt das, was wir nicht tun? Und so weiter. Die Fachkräfte hören den Kindern zu. Bei Rückmeldungen wird sich auf das Erreichte bezogen, um dann zu gucken, was können nächste Schritte sein. Ja, gelingendes wird hervorgehoben. Die Kolleginnen achten auf die Interessen, die Freuden, die Bedürfnisse, die Nöte, auf Schmerzen und Kummer von Kindern. Und sie berücksichtigen die Belange der Kinder und den subjektiven Sinn. Das finde ich auch so wichtig, den subjektiven Sinn. Ja, das mag für einen selbst keinen Sinn ergeben. Aber was ist, was sind die Beweggründe des Kindes? Warum macht es aus Perspektive des Kindes Sinn? Weil dann kann man anschließen. Kinder werden zur Selbstachtung und Anerkennung der anderen angeleitet. Das sind also die sechs ethisch begründeten Leitlinien, wie es gehen soll. Und ethisch unzulässig sind dann eben auch noch vier benannt. Das können Sie dann hier auch finden. Also nicht diskriminierend, respektlos, demütigend, übergriffig oder unhöflich behandeln. Das unterschreibt man natürlich in der Allgemeinheit erst mal sofort. Spannend wird es ja, wenn man sich dann anschaut, was heißt das bei uns im Alltag? Wer erlebt was als respektlos oder auch vielleicht beschämend? Das sind dann ja die Diskussionen, die Sie in Ihren Teams dann führen und zu einem Konsens kommen müssen. Entwertung, Entmutigungen sind nicht zulässig. Herabsetzendes, überwältigendes oder ausgrenzendes Reagieren durch die Fachkräfte ist nicht zulässig. Oder verbale, tägliche oder mediale Verletzungen zwischen Kindern und Jugendlichen dürfen nicht ignoriert werden. Auch das ist ja ein wichtiger Punkt, dieses Nicht-Ignorieren. Ja, also ganz viele Bezugspunkte, die Sie hineinbringen können in diesen Prozess und die Sie als Leitung auch immer wieder in Erinnerung rufen müssen, wenn ein Austausch sich entfaltet. Manchmal kann es ja auch ein bisschen auf den Blick geraten. Hier finden Sie noch weitere Bezugspunkte. Ich stelle die nicht alle vor. Das ist dann mehr auch so ein bisschen zum Nachlesen. Vielfalt hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Wichtig auch der Punkt, welche Verantwortung liegt bei den Leitungspersonen und den Mitarbeitenden und nicht bei den Kindern und Jugendlichen. Ja, also zum Beispiel für Deeskalation zu sorgen. Da ist ja auch eine spannende Frage, was beinhaltet die eigene Fürsorgepflicht? Ja, wenn Sie ein Kind haben, das sich über acht Stunden nicht wickeln lassen will, können Sie das ja nicht so akzeptieren, sagen, okay, ist so. Also was bedeutet die eigene Fürsorgepflicht in welchen Situationen und wie gehen wir dann damit um, damit das Kind dann eben doch die Möglichkeit hat, das eine oder andere mit zu gestalten und trotzdem Sie nicht auf das Wickeln über den ganzen Tag verzichten. Genau, präventive Aspekte. Ein wichtiger Aspekt ist auch der Umgang von Leitung mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und unter Kollegen und Kolleginnen, weil sie haben ja auch eine Vorbildfunktion gegenüber den Kindern. Ja, so Dinge wie nicht über abwesende Kolleginnen sprechen oder wenn es nicht negativ sprechen, zu wissen, wenn ich was beobachte, dass ich das nicht für mich behalte. Dazu gehört ja auch so eine Grundhaltung. Es geht nicht um Denunziationen der Kolleginnen oder des Kollegen, sondern um die Chance, sich gemeinsam Situationen anzugucken und daraus zu lernen. Fehlerkultur steckt damit drin, Feedback sicherzustellen, Verbindlichkeit, wenn jemand sich wiederholt zum Beispiel nicht an Vereinbarungen hält und den digitalen Raum mitdenken. Das hatte ich ja vorhin schon bei den Bestandteilen. Also ganz viele Bezugspunkte und ein wichtiger Bezugspunkt natürlich auch die jeweilige Zielgruppe. Ja, und was resultiert daraus an Entwicklungsthemen? Traumatisierte Kinder, Kinder aus Flüchtlingsfamilien, Kinder mit Behinderung, das auch sich noch mal genauer anzuschauen. Und da braucht es natürlich ein enormes Maß an Fachwissen auch. Ja, was sind Entwicklungsaufgaben in der jeweiligen Altersstufe, um dann zu schauen, was kann unsere Aufgabe dabei sein, die Kinder zu bepleiten? Was sind spezifische Herausforderungen traumatisierter Kinder und worauf achten wir deshalb in unserer Arbeit in der Kita? Welche Pflegetätigkeiten fallen an, worauf ist zu achten und so weiter? Ich habe hier ein Beispiel, wo die Haltungen in einer Präambel eines Schutzkonzeptes beschrieben sind, von der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Maria am Tann. Da ist so ein bisschen was vorneweg und dann heißt es, so arbeiten wir daran, dass sie, also Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ganze Familien, sich bei und mit uns wohl und voll akzeptiert fühlen können, Vertrauen in ihre eigene Kraft und Bewusstsein über ihre eigenen Fähigkeiten aufbauen und stärken können, ihr positives Selbstwertgefühl entdecken und weiterentwickeln können oder auch neue gute Erfahrungen mit Menschen innerhalb und außerhalb der Einrichtung machen können. Da ist jetzt vieles, habe ich auch rausgenommen, Sie können das ausführlicher nachlesen, ich habe jetzt nur so ein paar Punkte genommen. Ein anderes Beispiel, da finde ich das Schutzkonzept insgesamt sehr, sehr lesenswert, auch für den Kita-Kontext, deswegen kommt die Quelle auch gleich nochmal mit Blick auf das Schutzkonzept, aus einem Kinderhospiz, Kinderhospiz Regenbogenland, die Basis unserer Arbeit, nicht dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben geben, also nur passend natürlich zu dem Handlungsfeld eines Kinderhospiz. Und dann habe ich noch ein Beispiel, weil auf Grundlage von solchen Haltungen werden dann oft auch Selbstverpflichtungen formuliert. Selbstverpflichtungen, die dann Kollegen und Kolleginnen mit Eintritt auch unterschreiben und auf Grundlage dieser Selbstverpflichtungen wird dann auch das Handeln im Zuge von Mitarbeiterinnen Gesprächen zum Beispiel reflektiert. Und hier sehen Sie die Selbstverpflichtung des VWK in Schleswig-Holstein. Ganz oben drüber steht, wir handeln verantwortlich. Wir verpflichten uns, Kinder und Jugendliche vor körperlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch zu schützen. Ich lese jetzt nicht alles vor, aber ein paar Punkte greife ich raus. Wir nehmen die Intimsphäre, das Schamgefühl und die individuellen Grenzempfindungen der uns anvertrauten Kinder wahr und ernst. Das finde ich was, das muss meines Erachtens in jede Präambel, in jeden Verhaltenskodex rein, um es dann weiter zu konkretisieren. Wir respektieren den Willen und die Entscheidungsfreiheit der Kinder und treten ihnen mit Wertschätzung und Respekt gegenüber. Was greife ich noch heraus? Wir verzichten auf verbales und nonverbales, abwertendes und ausgrenzendes Verhalten und, zweiter Teil, beziehen auch gegen gewalttätiges, diskriminierendes, rassistisches oder sexistisches Verhalten aktiv Stellung. Also sowohl das eigene Verhalten als auch Stellung beziehen, wenn es beobachtet wird. Wir sprechen uns gegenseitig auf Situationen an, wenn diesem Verhaltenskodex nicht entsprochen wurde, um da auch ein offenes Klima in der Gruppe oder im Team zu schaffen. Wir ermutigen Kinder, Hilfe zu holen. Wir nehmen Hinweise und Beschwerden sehr ernst und das wird dann entsprechend auch unterschrieben, wie gesagt, mit Einstieg. Und auf dieser Grundlage wird dann viel konkreter noch erarbeitet, was heißt es genau und Sie kennen das Sprichwort Der Teufel steckt im Detail. Dann geht es natürlich um die konkrete Ausformulierung, was sich hinter diesen Haltungen konkret an Verhalten im Alltag erarbeiten lässt. Und auch hier natürlich um ein Höchstmaß an Handlungssicherheit für die Kollegen und Kolleginnen sicherzustellen. Und dabei hauchen natürlich unzählige Fragen auf. Darf ich ein Kind überhaupt noch in den Arm nehmen und trösten? Wann darf ich ein Kind festhalten? Und worauf achte ich dann, wenn ich ein Kind festhalte? Wie gehe ich damit um, wenn mir ein Kind einen Kuss auf die Wange geben möchte? Und, und, und. Auch hier die Herangehensweise. Es gibt unterschiedliche Zugänge. Ich habe hier so ein paar Beispiele. Also man sucht sich was raus, was besonders drängend ist, aus Perspektive des Teams zu klären, zu bearbeiten. Ja. Oder man sucht sich bestimmte Settings aus. Also bei Ihnen könnten das sein, die Übernachtungen in der Kita zum Beispiel. So Dinge wie kein Konsum von Alkohol seitens der Fachkräfte. Also Kinder sowieso nicht in dem Alter. Kein Unterdrucksetzen der Kinder in für sie kniffligen Situationen. Bei Ausflügen zum Beispiel. Umgang mit Ängsten und Heimweh der Kinder. Was ist zu beachten bei einem Ausflug, bei der Mitnahme in Privatautos? Gut, Aufenthalt in Privaträumen der Familien. Das wird jetzt bei Ihnen nicht so eine Rolle spielen. Worauf ist zu achten in Einzel- und Gruppensettings? Ja. Oder die Essenssituationen? Das ist eins der Themen, wo wir, wenn wir mit Kita-Teams an diesen Themen arbeiten, sehr intensiv diskutieren. Ja. Tellerleeressen, alles probieren müssen, Nachtisch vorenthalten, wenn die Hauptmahlzeit nicht leer gegessen wurde. Ein interessantes Beispiel letztens auch von einer Kollegin, die sagte, ja, wenn ich dann den kleinen Kindern bei uns in der Einrichtung in die Flasche gebe und dann wandert die Hand automatisch an meine Brust, weil das halt beim Stillen bei der Mama zu Hause ja auch so war. Da braucht es natürlich entsprechend drüber. Wie geht die Kollegin damit um? Schlafsituationen, Mittagsschlaf, Mittagsruhe für jeden oder nach Bedarf. Wie geht man damit um, wenn dann Kinder in der Situation nicht ruhen? Das Thema Körperkontakt natürlich. Wie gehen wir damit um, wenn Kinder Brust suchen, sich nicht beruhigen können? In der Vorlesesituation, wenn ich ein Kind an die Hand nehme, worauf achte ich dann? Und natürlich hier die wichtige Differenzierung mit der Nähe vom Kind gesucht versus ist es was, was die Kollegen und Kolleginnen jetzt gerade an Bedürfnis haben, was den Kindern übergestülpt wird. Das ist ja so eine wichtige Differenzierungslinie, wenn es um das Thema Körperkontakte geht. Es geht auf keinen Fall ja darum, Körperkontakte gänzlich zu verteufeln, ganz im Gegenteil. Die Beziehungs- und Kontaktgestaltung im digitalen Raum mit den Eltern zum Beispiel. Wie geht man mit Geschenken oder Belohnungen an? Wie spricht man die Eltern an? Wo oder sie? Spitznamen für Kinder, woraus soll hier geachtet werden? Abwerten, lustig machen, ignorieren als Thema. Gegenüber den Eltern Transparenz über das, was in der Kita-Einrichtung im Alltag so passiert ist. Kind wurde von einem anderen Kind gebissen. Wie gehen wir damit um? Was heißt Transparenz? Worauf achten wir? Besondere Abhängigkeits- oder Machtverhältnisse sind zu reflektieren bei Kindern mit Behinderung zum Beispiel, die sich nicht fortbewegen können oder sprachlich nicht ausdrücken können. Ein wichtiges Thema finde ich bei Ihnen in dem Kontext auch, sich anzuschauen, wie gehen wir mit elterlichen Vorstellungen um, die Sie aber nicht im Angebot haben. Also Sie dürfen die Eltern ja erst mal haben, aber Sie müssen sich damit unter sehr deutlich abgrenzen. Ja, also halten Sie mein Kind vom Schlaf ab, damit es heute Abend müde genug ist. Oder gerade letztens hat man das Beispiel, dass das Essen reingezwängt werden soll, weil der Junge so dünn ist und unbedingt das Essen muss. Oder umgekehrt, die Eltern hatten die Idee, dass eine Diät hilft, dass der Autismus des Kindes quasi weggeht. Ja, und dann zu sagen, hier zwei Tage in der Woche darfst du in der Saison bei Ihnen in der Kita nichts essen. Ja, da müssen Sie einen Umgang mit finden. Ja, Sie können das ja nicht umsetzen. Sie brauchen Umgang damit. Und auch da einen Verhaltensprozess mit aufzunehmen. Was heißt es? Wie gehen wir damit um? Also verstehen wollen und anerkennen der Beweggründe der Eltern und gleichzeitig Abgrenzung bezüglich der daraus resultierenden, ja, manchmal sehr speziellen Vorstellungen. Aber natürlich auch die Frage, wo können wir auch ab und zu geben? Das sind ja jetzt Extrembeispiele hier, wo es wenig ab und zu zu geben gibt. Oder auch im Team sich anzuschauen, was sind denn Situationen, die die Kolleginnen und Kollegen besonders herausfordern? Ja, zum Beispiel, ich habe hier ein paar Beispiele genannt, Tod oder Suizid von Kindern beziehungsweise Bezugspersonen oder Kolleginnen, Eskalationen gegenüber Fachkräften, wenn ein Kind auf andere losgeht oder verweigert, dass es gepflegt wird, das Kind, das sich den Brokko nicht abputzen lassen möchte. Es ist natürlich keine Option, das dann nicht zu tun. Ja, aber wie geht man dann damit um? Wie guckt man, dass man das Kind vielleicht doch noch einbezogen bekommt, dass man guckt, was hat vielleicht das Kind für Bedürfnisse, was könnte ein Kompromiss sein, dass es dann doch geht mit Feuchtküchern, wie auch immer auf dem Klo sitzen, weil es gerade in dem Fall, den wir letzte Woche besprochen hatten, dann so der Kompromiss. Thematisch heikle Situationen, wenn ein Kind sich anvertraut oder wenn es darum geht, ein Kind hat eingenässt oder angegotet, ja, nicht beschämend damit umzugehen oder auch heikle räumliche Situationen. Das wären alles Möglichkeiten, sich da quasi in dieses große Feld, was alles zu besprechen und zu erörtern ist, so einen Weg zu bahnen, zu sagen, so gehen wir jetzt ran. Wir gucken uns jetzt mal zum Beispiel erstmal die Situationen an, die für die Kolleginnen und Kollegen besonders herausfordernd sind. Das, was dann entsteht, bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und Orientierung für die Kolleginnen und Kollegen, wird wie gesagt schon von Beginn an auch besprochen bei der Einstellung und häufig wird es dann auch in Form von einer Team- oder Verhaltensampel in der Einrichtung ausgehängt. Das ist dann eine sehr verkürzte Form zur Visualisierung, um auch mit den Kindern dazu ins Gespräch zu gehen, um das Ganze etwas abzubilden. Und ich will jetzt gar nicht mehr so viel vorstellen, damit Sie auch genug Zeit haben, noch in den Austausch zu gehen. Ich sage Ihnen nur, was Sie noch finden auf den Folien. Da kommen nämlich jetzt noch ein paar Beispiele hier aus dem Bereich Jugendfreizeiten, wo aber durchaus Aspekte drin sind, von denen ich denke, die könnten für Sie auch interessant sein, anregend sein. Ja, hier finden Sie das Thema Umgang mit Spitz- oder Kosennamen. Hier wird gesagt, dass Sie mit Ihrem Namen eben nicht mit Spitz- oder Kosennamen angesprochen werden, aber übliche Abkürzungen, also Alex für Alexander zum Beispiel, sind okay. Keine Mutproben, angemessene Kleidung der Fachkräfte und der Ehrenamtlichen. Später in einer anderen Ampel finden Sie auch nicht zu stark Parfum auftragen und und und. Das können Sie in Ruhe sich anschauen. Ich habe da ein paar Beispiele mitgebracht. Hier von einem Träger ambulanter Hilfen zur Erziehung. Natürlich nur Auszüge, weil es ja ein anderes Handlungsfeld ist. Aber ein A scheint mir auch für Sie vielleicht ganz interessant zu sein. Ja, Umarmungen auf Initiative der Fachkräfte sind zu unterlassen. Spontane Umarmungen, die auf Initiative der Kinder erfolgen, können erwidert werden. Aber die Fachkraft übernimmt die Verantwortung, achtsam zu bleiben, inwieweit das Körperkontaktverhalten des Kindes entwicklungsberecht ist. Auch dieses Positive von Körperkontakt herauszustellen. Grundsätzlich kann Körperkontakt auch entspannend und stresslindernd auf Kinder wirken. Das ist auch wichtig herauszustellen. Sensitiver Körperkontakt kann die Aufmerksamkeit und Konzentration des Kindes sichern, kann Prost spenden. Und dann, wir bleiben sensibel und achten die körperlichen Reaktionen des Kindes. Und auch hier sowas. Wir sprechen zu Beginn der Hilfe den Kindern gegenüber die Erlaubnis aus, dass sie Körperkontakt zurückweisen dürfen. Das wäre dann in der Kita eher sowas, was immer mal wieder auch thematisiert wird. Wir vermeiden Witze oder herabwürdigende Anmerkungen. Bei Rückmeldungen zum Pflegezustand oder der Hygiene des Kindes achten wir darauf, dass keine anderen Kinder und Jugendlichen anwesend sind. Auch zum Thema Komplimente grundsätzlich zu sagen, die sind förderlich versetzt. Wir verzichten aber auf Komplimente, die anzüglich sind oder als solche fehlinterpretiert werden können. Das ist jetzt eher für ältere Jugendliche wahrscheinlich. Wir setzen Grenzen, auch ganz wichtig. Wir begrenzen die Kinder auch. Wenn es zu körperlicher Gewalt kommt, was ist dann zu tun, um mit überein zu schreiten und so weiter. Der Rest, der jetzt hier steht, ist nicht ganz so relevant, weil da geht es um ältere Jugendliche. Und ganz toll finde ich auch den Verhaltenskodex des Kinderhospiz Regenbogenland. Den können Sie sich in Ruhe anschauen. Da finden Sie vieles von den Aspekten, die ich auch schon erwähnt hatte, noch mal schön ausformuliert. Ich glaube, das hatte ich noch nicht dieses Beispiel hier. Ich bin zu weit zurück. Hier. Ich begleite all meine Handlungen sprachlich und achte auf verbale und nonverbale Reaktionen meines Gegenübers. Die anderen Aspekte, glaube ich, habe ich schon an vielen Stellen immer mal einfließen lassen. Genau. Also einfach so ein paar Anregungen noch. Und wie gesagt, das finden Sie auch im Netz. Auch die Team-Ampel, die noch mal weit über den Verhaltenskodex hinausgeht. Das können Sie da alles auch sich in Ruhe noch mal anschauen. Und die Ampel kennen Sie bestimmt. Die Verhaltensampel für die Kitas aus der DPWV-Broschüre, die ja sehr bekannt ist im Bereich des institutionellen Kinderschutzes. Die habe ich ja einfach mal mit auf die Folien gepackt. Und zum Personalmanagement habe ich ja zwischendurch immer mal schon vieles gesagt, sodass ich da jetzt drüber hinweggehe, weil mir wichtig ist, dass Sie auch Gelegenheit haben, sich gleich in Kleingruppen auszutauschen. Und hier sehen Sie die Leitfrage, die Ihnen auch noch mal in den Chat gestellt wird. Ist eine Einladung. Sie können natürlich den Austausch auch nutzen für alles, wo Ihr Interesse und Ihre Neugierde hingeht. Wo stehen Sie bezüglich des Schutzkonzeptentwicklungsprozesses in Ihrer Kita? Wo sehen Sie Ihre zentralen Beiträge als Leitung? Vor welchen Herausforderungen stehen Sie dabei? Und wie gehen Sie mit diesen Herausforderungen um? Welche guten Lösungen haben Sie vielleicht auch schon gefunden? Ja, damit würde ich meinen ersten Teil schließen. Ja, der zweite Teil ist der familiäre Kinderschutz. Und ich habe dafür bis 17 Uhr Zeit. Sie ahnen, dass das gar nicht geht. Und Sie werden auf den Folien, die Sie ja bekommen, viel, viel mehr zu diesem Thema finden als das, was ich jetzt vorstelle. Ich habe mir jetzt überlegt, wie gehe ich mit diesem Dilemma um? Und habe mich dazu entschlossen, auch dank der Unterstützung von Frau Jakobs, die sagte, naja, also Sie wissen ja, was familiärer Kinderschutz bedeutet. Sie haben sich damit ja natürlich viel befasst. Da wage ich nun mich auf die Herausforderungen in der Umsetzung des familiären Schutzauftrags in der Kita zu konzentrieren. Das heißt, ich lasse jetzt die ganzen Grundlagen, selbstverständnisrechtliche Grundhaltungen, professionelle Grundhaltungen weg. Das finden Sie aber. Und ja, fokussiere auf den letzten Teil. Dafür brauche ich dann auch gar nicht lange. Die Möglichkeit haben Sie dann aber nochmal in den Breakout-Sessions, die sich anschließen, das zu vertiefen, was Ihnen wichtig ist. Und vielleicht kommen ja da noch Fragen und vielleicht haben wir da noch Gelegenheit, im Plenum nochmal zu schauen, ob doch noch eine Frage zu den Grundlagen kommt oder auch im Nachgang. Genau. Ja, Herausforderungen in der Umsetzung des familiären Schutzauftrags in Kitas. Da gibt es natürlich eine ganze Menge und ich erhebe hier auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit mit dem, was ich hier zusammengestellt habe. Und bei all diesen Aspekten sind Sie natürlich als Leitung gefragt, Kollegen und Kolleginnen bestmöglich zu stützen, Handlungssicherheit zu geben, Unterstützung reinzuholen ins Team. Deswegen jetzt dieser Fokus auf die Herausforderungen in der Umsetzung des familiären Schutzauftrags. Ich fange mal mit dem Punkt an, der ja auch in so Schulungen, in Kitas zum Kinderschutz immer wieder eine große Rolle spielt, um bei der Familie, bei dem Fall, bei dem Kind, den Eltern, der Lebenssituation des Kindes zu bleiben. Es ist unerlässlich und es ist zugleich auch sehr schwierig, dass sehr konkret beschrieben wird, wer denn was eigentlich wahrgenommen hat, was ihm oder ihr Sorge bereitet. Und erst, wenn die konkreten Wahrnehmungen dargelegt sind, geht es dann um die fachliche Einwertung. Das ist so wichtig, weil wenn man so allgemeine Begriffe nimmt, dann kann es schnell passieren, dass bei jedem das eigene individuelle Kopfkino angeht. Jeder hat zu einem bestimmten Begriff ein anderes Bild, einen anderen Fall aus der Vergangenheit im Kopf. Und dann ist man eigentlich gar nicht bei dem, worum es in dieser Situation, bei diesem Kind geht, sondern es wird dann ergänzt quasi durch eigene Erfahrungen aus früheren Fällen, aus eigenem Wissen und so weiter. Also konkrete Beschreibung der Wahrnehmungen, wenn sich gemeinsam eine Lebenssituation von Kindern und deren Familien im Team angeschaut wird. Das wäre so ein Teil der Grundlage, dass sie ja in der Kita verpflichtet sind, sobald sich eine Kollegin, ein Kollege Sorgen um ein Kind macht, sogenannte gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung eines Kindes wahrnimmt. Dann sind sie ja verpflichtet, eine eigene Einschätzung vorzunehmen und dann auch eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuzuziehen. Ja, konkrete Beschreibung, also was konkret hat wer wahrgenommen, beobachtet, gehört, gerochen. Die Originalaussagen sind total wichtig. Welches oder was hat das Kind genau gesagt? Wie war der Kontext, in dem das Kind es gesagt hat? Wir hören dann oft, das Kind hat berichtet, dass es zu Hause geschlagen wurde. Das sagt eigentlich gar nichts. Was genau hat das Kind berichtet? Und je nachdem, was es berichtet hat, macht es einen riesigen Unterschied in der fachlichen Bewertung. Was haben wir den Eltern gegenüber alles unternommen und mit welcher Resonanz? Also auch das Kooperations, also die eigenen Aktivitäten in der Kooperation mit den Eltern sehr genau anzuschauen und auch, wie ist dann die Resonanz? Also wie ist das Kooperationsverhalten der Eltern? Wir wissen aus der Fehlerverordnung im Kinderschutz, finde ich übrigens sehr, sehr gewinnbringend, auch für die Umsetzung des eigenen Schutzauftrages in verschiedenen Handlungsfeldern, dass es sehr wichtig ist, zu unterscheiden zwischen dem geäußerten Kooperationswillen von Eltern. Also wenn Eltern ihnen sagen, ah ja, ja, mache ich und man vereinbart was und dann kommt es aber so gar nicht in die Umsetzung. Und auf der anderen Seite dann eben dem tatsächlichen Kooperationsverhalten. Also diese Unterscheidung auch immer mit in den Blick zu nehmen, damit man nicht zu schnell auch darauf vertraut oder sagt, naja, die Eltern haben doch das und das gesagt und dann nicht mehr dranbleibt. Also dazu gehört, genau zu beschreiben, wie viele Elterngespräche haben wir geführt, mit wem, was haben wir konkret rückgemeldet, wie haben die Eltern reagiert, was haben sie gesagt und gemacht. Also auch hier eine ganz konkrete Beschreibung. Beschreibung. Und zwar des Wahrgenommenen und das ist zu unterscheiden von der Interpretation, die sie natürlich auch leisten über Hypothesenbildung im Team. Aber erst mal muss klar sein, woraus fußt die Interpretation. Weil wenn dann es dazu kommt, dass sie eine 8a Mitteilung an den allgemeinen sozialen Dienst machen, dann sind die Kolleginnen und Kollegen aus dem ASD maximal darauf angewiesen, was sie dann lesen in ihrer 8a Mitteilung oder im Gespräch von ihnen erfahren. Und nur wenn das konkret ist und das auch getrennt ist zwischen Wahrnehmung und Interpretation, nur dann können sich die Kolleginnen und Kollegen im ASD auch ein gutes eigenes Bild machen. Und wenn ich mit Teams in Kitas arbeite, stärke ich auch immer wieder diesen Teil, dass so dicht an den Kindern wie sie kein anderer Akteur in der weiteren Hilfe ist. Der ASD nicht, der ist viel weiter weg von den Kindern, aber auch viele Fachkräfte nicht, die dann vielleicht eine ambulante Hilfe zur Erziehung umsetzen. Sozialpädagogische Familienhilfe zum Beispiel. Und von daher ist es so wichtig, dass sie sehr konkret die Entwicklung des Kindes, die Aussagen des Kindes und so weiter beschreiben und darauf aufbauend ihre Einwertung. Weil sie haben das Wissen über, was sind, ich sage jetzt mal, Normverläufe in dem und dem Alter zum Beispiel. Sie haben die Expertise mit Blick auf die Altersgruppe der Kinder, um die es in der Kita geht. Das haben andere nicht zwangsläufig. Und dann die Interpretation und das zu trennen. Also wir lesen, ich habe hier so ein paar Beispiele, wie man es nicht machen soll. Also nicht die Mutter geht lieblos mit ihrem Kind um, so eine häufige Formulierung, sondern was genau tut die Mutter, das wir als lieblosen Umgang übersetzen. Was haben wir beobachtet, dass wir dann diese Überschrift geben? Oder nicht, das Kind fehlt häufig in der Kita, sondern in den letzten sechs Monaten war das Kind an, ich habe hier ein Beispiel, 50 Prozent der Tage nicht da. Oder es kommt einmal im Monat zwei Tage am Stück und den Rest nicht. Also das konkret zu beschreiben. Letztens hat man ein Fallbeispiel, da wurde es so gar nicht konkret. Es war auch schwer zu konkretisieren. Da war so die Idee, die Mutter akzeptiert nicht, dass der Sohn in die Rolle eines Mädchens schlüpft. Was genau hat der Junge, die Mutter oder jemand anderes gesagt, das wir als Nichtakzeptanz interpretieren? Und was resultiert daraus mit Blick auf die Entwicklung und das Verhalten des Jungen? Ein Klassiker auch im Kinderschutz, die Mutter-Kind-Bindung ist gut. Das ist ja auch so ein bisschen, dann traut sich ja keiner mehr auch nochmal zu hinterfragen. Was genau wurde beobachtet in der Interaktion und der Bindungsgestaltung? Also wirklich ganz konkrete Beschreibung von Situationen beim Abholen, beim Fest, im Elterngespräch, weil das die Basis für die ist, die eventuell zu einem späteren Zeitpunkt dann hinzugezogen werden. Und auf dieser Basis bauen die Kolleginnen und Kollegen auf. Und wenn Sie die Wahrscheinlichkeit erhöhen wollen, dass Ihre Perspektive verfängt beim Gegenüber, also ASD zum Beispiel, dann erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit eben durch dieses sehr konkrete Beschreiben und Trennen von Beschreibung und Interpretation. Das ist aber gar nicht einfach. Eine weitere Herausforderung ist, Sie müssen ja einschätzen, an welcher Schwelle bewegen wir uns in der Arbeit mit der Familie. Also ist die Schwelle zu den Hilfen zur Erziehung eröffnet, also Paragraf 27, oder sind wir an der Schwelle zum Schutzauftrag? Also ist unser Schutzauftrag eröffnet. Also 8a. Ja, haben wir gewichtige Anhaltspunkte, die uns Sorgen bereiten. Da muss noch überhaupt nicht klar sein, ob tatsächlich eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Aber es muss Anhaltspunkte geben, die Sie dazu veranlassen, sich begründet Sorgen zu machen. Und die müssen konkret sein. Und diese Einschätzung ist wichtig, an welcher Schwelle bewegen wir uns. Denn je nachdem, wo Sie den Fall verorten, resultieren daraus unterschiedliche nächste Schritte und Pflichten und Möglichkeiten. Da habe ich jetzt gerade nochmal eine Folie aus dem Grundlagenteil mit ausgenommen, die das deutlich macht. Sie sehen hier die verschiedenen Schwellen aus dem Gesetzestext. Ja, ganz links, eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung ist nicht gewährleistet. Das ist die Schwelle zu den Hilfen zur Erziehung. Wenn Sie an dieser Schwelle, wenn Sie den Fall an dieser Schwelle einwerten, ja, dass Sie sagen, okay, wir sehen, kindliche Grundbedürfnisse werden nicht adäquat berücksichtigt oder Kinderrechte nicht durchgängig gewahrt, dann dürfen Sie nicht ohne Zustimmung der Eltern sich an den ASD wenden, weil ja noch nicht der Schutzauftrag eröffnet ist. Sondern dann ist es eben wichtig, im Team gemeinsam mit Ihnen als Leitung zu beraten und dann auch mit einer insoweit erfahrenden Fachkraft, eventuell, falls Sie sich unsicher sind, ob gewichtige Anhaltspunkte oder nicht. Wie können wir die Eltern sensibilisieren für die Grundbedürfnisse und Kinderrechte? Was haben wir für Unterstützungsmöglichkeiten? Was können wir den Eltern anbieten? Wo könnten wir eine Brücke hinbauen, zu einer Beratungsstelle zum Beispiel? Was aber nur geht, wenn die Eltern dann auch über diese Brücke gehen möchten. Sonst haben sie keine Möglichkeiten. Und wenn ihre Möglichkeiten eben erschöpft sind, dann, wie gesagt, kein Hinzuziehen des allgemeinen sozialen Dienstes, also keine Achdarmitteilung, weil sie an dieser Schwelle noch nicht sind. Und das kann ja mitunter, wenn ihre Kolleginnen und Kollegen die Not eines Kindes sehen, sehr ausgeregt sind, ein ganz wichtiger Punkt sein, auch als Leitung immer noch mal zu gucken, Stopp, wo stehen wir bei aller Not, die wir sehen? Ja, um zu gucken, da sauber zu bleiben in dem, was jetzt als nächstes zu tun ist. Und die andere Schwelle ist eben im 8a beschrieben. Ja, es liegen GA, gewichtige Anhaltspunkte, für eine Gefährdung vor. Dann haben sie natürlich andere Schritte zu gewährleisten. Und dann ist gut zu regeln, welche Rolle hat wer in diesem Prozess. Ja, sie müssen interne Gefährdungseinschätzungen vornehmen. Ganz konkret, was gefährdet das Kind, was schützt das Kind? Sie müssen dabei die Eltern und Kinder einbeziehen und ihre eigenen Möglichkeiten der Unterstützung ausschöpfen. Der 8a ist ja kein Meldeparagraf, schnellstmöglich den ASD ins Boot zu holen, sondern eben zu schauen, was sind denn die eigenen Möglichkeiten, weil sie Vertrauensbeziehungen zu den Kindern und idealerweise auch zu den Eltern haben. Und die sollen eben auch in einer solchen krisenhaften Situation benutzt werden. Also sie sind quasi gehalten, eigene Möglichkeiten auszuschöpfen. Sie müssen, wenn sie gewichtige Anhaltspunkte sehen, dranbleiben. Also Verbindlichkeit herstellen in den Vereinbarungen mit den Eltern. Sich auch Rückmeldungen einholen, also mit den Eltern vereinbaren. Wie erfahren wir davon, ob sie denen den Schritt unternommen haben? Wie wollen wir uns diesbezüglich vereinbaren? Und in diesem Bereich ist es eben auch so, wenn die eigenen Möglichkeiten erschöpft sind, dann müssen sie die 8a Mitteilung machen. Idealerweise natürlich auch hier mit Zustimmung der Eltern. Klar, es ist immer besser, wenn die Eltern das auch entsprechend mitgehen können. Aber wenn dem nicht so ist, eben auch ohne. Dann müssen sie die Eltern zwar über diesen Schritt informieren in aller Regel, aber sie brauchen nicht die Zustimmung. Da gibt es noch ein paar Feinheiten im Ablauf. Die kennen sie wahrscheinlich. Sie müssen eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen. Die Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe sind dazu verpflichtet. Es ist auch gut, diese insofern möglichst frühzeitig hinzuzuziehen, um zum Beispiel auch schon Elterngespräche vorzubereiten oder Gespräche mit Kindern und 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 und. Genau. Und es gibt noch ein paar Ausnahmen. Also sie müssen die Eltern eben nicht in die Gefährdungseinschätzung einbeziehen, wenn dadurch der Schutz des Kindes gefährdet ist. Und genau in diesen Feinheiten liegen dann ja auch nochmal spezifische Herausforderungen. Genau. Und Sie sehen hier unten dann noch so ein paar spezielle Situationen. Auf die gehe ich jetzt gar nicht so ein. Und dann gibt es natürlich auch die akute Gefährdung. Ja, da ist natürlich nicht das Verfahren einzuhalten, sondern dann ist zu gucken, was muss getan werden, um die angenommene Gefahr einer Selbst- oder Fremdgefährdung eben abzuwenden. Und wen braucht es dafür? Das ist dann nicht immer der ASD. Das kann auch die Polizei oder der Notarzt sein, manchmal auch ein Elternteil, je nach Konstellation. Und da steckt dann natürlich auch drin, in dieser mittleren Spalte, wenn ihr Schutzauftrag eröffnet ist, die Einschätzung, haben wir als Kita noch eigene Möglichkeiten, um das Kind und die Eltern zu unterstützen. Welche sind das? Und auch bringen wir dadurch das Kind eventuell in Gefahr? Ja, also diese Abwägung, spreche ich Eltern an oder nicht? Zum Beispiel kein Ansprechen eines Verdachts auf sexualisierte Gewalt, ausgehend von einem Erwachsenen, der im Haushalt des Kindes lebt. Damit würden Sie das Kind natürlich in Gefahr bringen, weil es ist ja nicht geschützt. Und ein Täter, eine Täterin wird natürlich nicht zugeben, dass sie das Kind missbraucht. Oder auch bei körperlicher Gewalt. Wie benennen wir das, was uns Sorge bereitet gegenüber den Eltern? Blaue Flecke zum Beispiel. Worauf achten wir da? Wann benennen wir den Verdacht, dass es um körperliche Misshandlung gehen könnte? Wie formeln wir es dann? Und wann fragen wir nach, um zu hören, was berichten denn die Eltern zu dem Frauenflecken? Ja, oder auch welche Aussagen von Kindern sollten nicht mit den Eltern besprochen werden, weil sonst vielleicht zu Hause der Geheimhaltungsdruck erhöht wird und die Kinder die Erfahrung machen, dass dann, wenn sie sich anvertrauen, es danach noch glimmer wird zu Hause und dann komplett dicht machen. Das ist ja hoch anspruchsvoll. Und die Kollegen und Kolleginnen in der Kita, überhaupt in Regeleinrichtungen, sind ja zum Glück nicht alltäglich mit Kinderschutzfragen betraut. Insofern braucht es hier natürlich viel, alles, was möglich ist, an Unterstützung. Und deswegen ist ja unter anderem auch die Beratung durch eine Insofa im Gesetzestext, eine insobert erfahrene Fachkraft im Gesetzestext verpflichtend mit aufgenommen worden. Die übrigens auch natürlich schon vor den Eltern des Griechen mit einbezogen werden kann und soll. Da wurde ja sogar die Reihenfolge im Gesetzestext verändert. Um deutlich zu machen, holen Sie die Insofa auch gerne schon hinzu, bevor Sie mit den Eltern sprechen, um genau dieses Elterngespräch vorzubereiten, weil das so herausfordernd ist. Natürlich auch mit Blick auf die Kinder. Was erörtern wir in welcher Form mit den Kindern? Was ist da unsere Rolle? Keine Ermittlungsarbeit. Manchmal kommen Kolleginnen da unter Druck, wir müssen jetzt rausfinden, wie es wirklich ist. Nein. Ziel ist, dass sie die Perspektive des Kindes ergründen, zum Beispiel über Spiele, kreative Materialien oder Gesprächsanlässe schaffen oder wenn ein Kind einen Gesprächsanlass bietet, den zu nutzen. Und das sind einerseits natürlich wichtige Aspekte, die sie gemeinsam im Team auch immer wieder an Grundhaltungen erörtern. Und was heißt das konkret? Und dann natürlich auch wichtige Themen, zum Beispiel, um mal in-house eine Teamfortbildung von drei, vier Stunden zu dem Thema zu machen, um die Kolleginnen da auch entsprechend zu stützen und zu stärken, weil das ja nun mal der Kern auch des eigenen Schutzauftrages ist. Eine weitere Herausforderung, der Umgang mit den Eltern, wenn man gleichzeitig Themen aufgreift, die den Eltern vielleicht unangenehm sind, die sie tabuisieren möchten. Suchterkrankungen, suchtkranke Eltern oder auch anderweitig psychisch erkrankte Eltern erleben ihre Suchterkrankungen, wenn eine Krankheitseinsicht da ist, natürlich als sehr schambehaftet. Und dann ist es auch für die Eltern eine riesige Hürde, wenn Fachkräfte sie darauf ansprechen. Dann haben sie also auch da eine große Verunsicherung. Von daher auch da zu schauen, was kann unser Beitrag dazu sein, dass die Eltern sich nicht als Personen abgewertet oder angegriffen fühlen und gleichzeitig aber die Dinge, die einem kritisch auffallen oder die einem Sorge bereiten, trotzdem vonzusprechen. Also davon deswegen nicht abzulassen aus Sorge, das verkraften die Eltern schwer oder die sind vielleicht selbst sehr bedürftig in einer schwierigen Situation, also die Eltern, und sie deshalb schonen zu wollen. Auch das ist ein großes Thema in der Fehlerforschung im Kinderschutz. Dass Dinge mit den Eltern nicht angesprochen, nicht besprochen werden, aus Sorge, dass die Eltern das selbst psychisch nicht gut verkraften. Das darf natürlich nicht passieren, ist aber hochanspruchsvoll. Oder die Herausforderung, was können wir denn an verbindlichem Rahmen mit den Eltern vereinbaren? Was haben wir da für Möglichkeiten? Was heißt Verbindlichkeit? Wie lange können wir auch den Eltern Zeit geben, um etwas zu verändern, ohne dass vielleicht dadurch wir zu lange zuschauen oder zu lange nebenher rennen? Ja, also wo ist der Punkt, dass etwas verändert werden muss? Ganz schwierige Frage in der Begleitung von Familien. Wie können wir mit Distanziertheit, Ablehnung und Misstrauen seitens der Eltern umgehen? Wir auch nicht alle, manche schon, aber nicht alle auch erleichtert reagieren, wenn Fachkräfte gewisse Dinge ansprechen. Wie gehen wir mit unseren eigenen Ressentiments gegenüber den Eltern um? Wenn wir selbst Vorstellungen auch haben, wie die Erziehung sein sollte? Wie schaffen wir das, das ein Stück weit zurückzustellen und uns auf die Eltern einzustellen? Gerade wenn sie vielleicht ihren Kindern auch in der Entwicklung schaden oder sie beeinträchtigen? Wie können wir eine Brücke zu anderen Diensten bauen? Worauf ist zu achten? Das sagt sich so leicht, der Brückenbau zu einer Beratungsstelle. Das ist aber total voraussetzungsvoll. Die Eltern müssen eine Idee haben, dass die Kollegin, die Fachkraft aus der Kita verstanden hat, worum es ihnen geht, ernst genommen zu werden. Die Eltern müssen den Vorschlag haben, zu verstehen, warum es sich lohnen könnte, den Weg dorthin zu finden und und und. Also all diese einzelnen Punkte sind hoch anspruchsvoll und da sind sie als Leitung natürlich auch immer wieder gefragt, zu gucken, was fordert ihre Kolleginnen und Kollegen besonders heraus und wo lohnt sich jetzt dann auch mal die gemeinsame Bearbeitung. Wie können wir dem ASD unsere fachliche Einschätzung vermitteln und wie können wir dann auch den Eltern gegenüber begründen, also bei einer Achtermittagung, dass wir den ASD ins Boot holen? Wie können wir Ängste vor dem Jugendamt abbauen und auch dahin die Brücke bauen? Und hier habe ich den Punkt Bedeutung von Netzwerkarbeit. Denn was wir immer wieder erleben ist, dass auch Kollegen und Kolleginnen aus der Kita sehr unsicher sind, was dann wohl der ASD macht im nächsten Schritt. Und diese Unsicherheit führt mitunter dazu, dass die 8a Mitteilung nicht gemacht wird, aus Sorge, dass es dann nicht mehr im gewünschten Sinne weiterläuft. Das heißt, auch die Kolleginnen und Kollegen und vor allem sie als Kita-Leitung müssen wissen, wie tickt denn der jeweils andere Dienst? Was haben die für Möglichkeiten und Grenzen? Worauf achten die? Was sind Standards bei zum Beispiel Verdacht auf sexualisierte Gewalt und und und. Und deswegen ist Netzwerkarbeit so unerlässlich und das ist natürlich ihre Aufgabe als Kita-Leitung und das dann ins Team herein zu tragen, um das einschätzen zu können und überhaupt ihren Schutzauftrag auch wahrzunehmen. Genau, und das habe ich hier einfach nochmal so zusammengefasst. Rolle Kita-Leitung. Ich hoffe, Sie sehen mir jetzt diese sehr starke Komprimierung nach. Ja, also diesen Schritt, diesen Prozess bei jedem Schritt begleiten, Ablauf und Verantwortlichkeiten klar regeln. Ich habe hier nur ein paar Beispiele. Wer ruft die Insofa an? Was passiert nach einer Insofa-Beratung? Weil die Fallverantwortung bleibt ja bei Ihnen in der Kita. Ja, also braucht es eigentlich nur einen Ort, wo man so eine aus der Insofa-Beratung eine Conclusion quasi im Team mit Leitung natürlich erörtert. Welche Schritte gehen wir jetzt? Was machen wir jetzt aus der Beratung? Wer ist dabei wofür verantwortlich? Wer braucht dafür welche Unterstützung? Es nutzt ja nichts, wenn man tolle Schritte sich überlegt und die Kollegin denkt beim Zuhören, oh Gott, das kann ich doch gar nicht. Also auch das muss Raum haben und thematisiert werden. Umgang mit Dissens im Team. Ja, das haben wir immer wieder bei Teams, die sagen, was ist denn, wenn die Leitung nicht möchte, dass wir die Insofa hinzuziehen, aber wir halten es für notwendig. Ja, muss geklärt sein. Wie wird es dann gemacht? Oder was passiert, wenn es keine Rückmeldung nach einer 8a-Beteiligung aus dem ASD gibt? Wir aber dringend was wissen müssen dazu. Interne Schulungen ermöglichen, externe Unterstützungsmöglichkeiten über die Netzwerkarbeit zum Beispiel eruieren und ins Team bringen. Es gibt manchmal Beratungsstellen, die bieten an, bei Elterngesprächen zu begleiten und, und, und. Und es ist schon wieder nach 5 und deswegen die Frage oder die Einladung an Sie jetzt in den Breakout-Sessions mit Blick auf das anspruchsvolle, mit einem hohen Maß an Verantwortung verknüpfte Handeln im Kinderschutz in der Kita. Was können Sie in der Rolle der Kita-Leitung dazu beitragen, dass der familiäre Kinderschutz in Ihrer Einrichtung bestmöglich umgesetzt wird? Wie tun Sie das konkret? Welche Entwicklungsthemen und Möglichkeiten sehen Sie? Herzliche Einladung und jetzt folgt gleich wieder der Button. Einladung